Wir zeichnen heute wieder ein Inventar und zwar das von dem Ambus. Und wenn wir das Ambus Inventar zeichnen, dann gehen wir in Assets, Minecraft, Textures und dann in GOE und dort finden wir im Ordner Container dann den Anvil und den öffnen wir gleich mal mit.net und zusätzlich öffnen wir noch was und zwar ein weiteres Inventar und ich nehme da erst einmal den Crafting Table. Ich nehme jetzt einfach mal den, den ziehe ich mir da auch noch ein und da bei dem Anvil eben auch Buttons vorhanden sind, die sieht man hier unten, brauchen wir dann auch noch die Buttons, die wir schon gezeichnet haben und zwar ist das unter Widgets. Einfach nur wegen den Farben, die öffne ich auch noch. Und dann können wir auch direkt beginnen und das erste was wir machen ist, dass wir einfach mal das hier unten, auch nicht das, das hier unten, ja eins zu eins übernehmen von dem Crafting Cable. Ah, ja stimmt, vom Crafting Cable. Das heißt ich markiere einfach mal das hier unten von der Ecke bis hier nach oben hin. Das bleibt ja immer gleich, das ist das Inventar eben, wo die ganzen Items drin sind, das kennt ihr eh. Dann brauchen wir diese Felder, da kommen dann die Items rein, die man zusammencraften möchte und die entstehen dann hier. Und da verwende ich jetzt erstmal die vom Ofen, ich weiß gar nicht, wie habe ich das beim Ofen gemacht, ich gucke mal nochmal nach, das heißt ich öffne nochmal zusätzlich den Ofen, öffnen mit, zack, und die Felder hier, die müssten wir dann kopieren. Das heißt ich markiere mir die außer die Ecke natürlich, weil sonst würde ich ja da vom Ofen noch was mit kopieren und die kommen dann eben hier rein. So, okay und dann werde ich auch direkt mal die Ecken hier weg machen, nicht, dass ich die dann später noch vergesse. Die müssen dann wirklich jetzt schon mal weg sein. Und die kommen dann eben auch, die müssen dann eben auch weg. Denn hier kommt ja dasselbe Feld nochmal hin, entfernen, so, und dann STRG V und dann ziehe ich mir das auch nochmal rein. So, der Pfeil, da werden wir dann wahrscheinlich eine Spitzhacke machen, aber wir brauchen ja noch was und zwar dann hier. Das heißt hier kommt das auch nochmal hin und das brauchen wir dann nicht mehr, das machen wir gleich weg, aber das machen wir dann später sowieso noch weg. Gut, dann ist das schon mal futschdiwutsch und jetzt brauchen wir die Spitzhacke. Und die haben wir bei dem, genau, die haben wir hier und hier haben wir die glaube ich nicht. Doch, die haben wir hier auch. Dann nehmen wir natürlich die hier oder haben wir da vielleicht einen Unterschied wegen der Länge. Das kann nämlich gut sein, weil ich glaube nämlich, dass das ziemlich genauso lang ist wie die vom Ofen, der Pfeil. Das heißt, ich nehme lieber mal die Spitzhacke hier und die wird dann eben genau, Moment, hier platziert. Ja, die ist genau lang, genauso lang. Okay, das ist natürlich perfekt. Ich muss natürlich gucken, dass die jetzt genau drüber liegt, nicht dass ich da irgendwie einen Fehler mache. Da habe ich, ja genau, das muss dann, muss dann so sein. So müsste das stimmen. Und das hier oben, das ist egal. Das kann dann, wird dann sowieso noch wegkommen. Okay, und hier wird dann eben die Spitzhacke kommen, wenn man eben diese Items, die man hier reinlegt, also links und rechts nicht zusammengraben kann. Und da werde ich einfach dieselbe Spitzhacke nochmal nehmen, allerdings, ja so eben, wie soll ich sagen, zerbrochen. Also in zwei Teilen geteilt und dass die dann so ein bisschen runterhängt. Das sieht doch bestimmt ganz cool aus. Ich mache das einfach direkt. Also ich kopiere mir das genau hier nochmal hin. Und dann werde ich das so machen, dass die eben runterhängt. Und das wird natürlich jetzt schwierig, weil ich kann es glaube ich nicht so machen, dass die genau 45 Grad runterhängt, äh 95 Grad runterhängt. Oder ich kann es schon machen, das ist jetzt so die Frage. Vielleicht machen wir es so, dass nicht die Spitzhacke runterhängt, sondern vielleicht nur der Stock hier hinten. Aber ich müsste vielleicht mal ausprobieren, ob das hier beim Spielen trotzdem noch zu sehen ist. Also grau ist es auf jeden Fall mal, vielleicht wird das, also wir probieren es jetzt einfach mal aus, ob dieser Schwarz, diesen schwarzen Pixel eben im Spiel auch zu sehen sind. Und wenn, dann wäre das natürlich ideal. Also ich speichere das direkt mal ab und gehe gleich mal ins Spiel. Jetzt sehen wir noch die normale Spitzhacke und wenn ich jetzt hier eben zwei Eisenexte rein tue, dann sollte das eigentlich zum X werden. Und stimmt, ich sehe, ich sehe jetzt schon diese schwarzen Pixel. Stimmt, ja stimmt, weil ich es eben jetzt bereits eigentlich nicht zusammenkaufen kann. Obwohl jetzt, wenn ich, sobald ich was rein tue, dann kann ich es nicht zusammenkaufen. Okay, gut, das funktioniert, das ist perfekt. Dann probieren wir das gleich mal aus. Also ich gehe noch mal zum Annual und jetzt probieren wir es mal so aus, dass wir das einfach 90 Grad runterhängen lassen. Und ich muss jetzt gleich mal gucken. Von hier bis hier haben wir 9 Pixel, das heißt wir können von der Position aus 9 Pixel runterhängen lassen. Das wären also, Moment, bis hier hin. Und das hier oben darf ich natürlich nicht vergessen. Und jetzt drücke ich M und werde das genau um 90 Grad drehen. Das heißt, ich gehe hier an die Ecke und drehe das einfach. Und muss dann natürlich gucken, dass das genau 90 Grad gedreht ist. Ich glaube, da gibt es sogar einen Trick, wenn ich jetzt Shift drücke. Ja, dann haben wir so eine stufenweise Drehe-Dings. Und dann ist das natürlich noch genauer. Und jetzt verschiebe ich das eben so hin. Und dann sieht das so aus, als wäre die Spitzsacke eben, ja, auseinandergebrochen. Und das sieht mega cool aus. Aber ich mache die Punkte hier erstmal grau. So. Und jetzt werden wir das natürlich noch verschönern. Also irgendwie muss es ja trotzdem noch zusammenhängen. Also irgendwie mit einem Pixel muss es schon noch zusammenpassen. Vielleicht sieht es auch gut aus, wenn ich zwei von denen Pixel noch ran mache. Ja, ich glaube, das sieht in Ordnung aus. Und dass man vielleicht hier dann... Oh, das sieht gut aus. Dass man wirklich sieht, dass das richtig krass auseinandergebrochen ist. So sieht es gut aus. Und jetzt müssen wir mit dem Plus hier beginnen. Und ich würde sagen, dass wir als Plus dann einfach genau diesen Stock hier verwenden. Ich meine, ich habe da jetzt nicht irgendwie eine besondere Idee, wie wir das machen könnten. Ich gucke nur mal, wie viele Pixel das sind. Das sind 13. Das heißt, ich markiere mir von hier aus 13 Pixel. Stang C und Steuerung V. Und kopiere das eben hier rein. Und dann nochmal. Allerdings dann eben wieder um 90 Grad gedreht. Und dass das dann irgendwie so zusammenhängt. Sieht doch ganz in Ordnung aus. Dann hätten wir eigentlich alles. Jetzt fehlen noch die Buttons. Und das Rote hier, das sieht man übrigens später im Spiel nicht. Es sei denn, man hat eben einen Bug, dass überhaupt kein Button drin ist. Denn wenn man nichts auswählen kann, dann ist entweder der Button drin. Und wenn man eben was auswählen kann, dann ist eben der hier oben drin. Und dass das dann komplett rot ist, das ist normalerweise nicht der Fall. Dann gehen wir mal zu unseren Buttons. So sehen unsere Buttons aus. Und wir beginnen mal mit dem unteren. Also dem Button, den man nicht einklicken kann. Also wenn nichts auswählbar ist beim Amboss. Und das wäre dann eben, ich schiebe mir das mal hier hin. Der hier. Ich kopiere mir den Button hier. Füge ihn hier ein. Und dann werde ich den einfach verkleinern. Dann macht das Ganze natürlich noch mehr Sinn. Und ist nicht so aufwendig. Hm. Ich mag es trotzdem mal über das Ganze. Also sieht ja ganz gut aus. Dann haben wir dann praktisch eine verkleinerte Version vom Button. Und wenn ich jetzt noch den nächsten Nachbarn nehme, sieht das nochmal deutlich besser aus. Weil dann die Farben genauer sind. Jetzt von den Rändern her gesehen. Und dann klicke ich Fertigstellen. Und dann haben wir den geschafft. Und dann natürlich noch ein Button, den man anklicken kann. Das wäre der hier oben. Das heißt, den nehme ich, markiere ich mir auch. Bis hier hin. Und füge den auch wieder genau an die Position ein. Und jetzt ist es hier glaube ich auch wieder wichtig, dass wir den nächsten Nachbarn haben. Und dann klicken wir Fertigstellen. Und dann haben wir das geschafft. Jetzt könnten wir bereits alles ausradieren. Und das mache ich einfach mal gleich. Das Rote lasse ich erstmal. Aber das andere wird dann komplett weggemacht. Und jetzt ist noch die Frage, wollen wir hier oben noch was einbauen? Das könnte man natürlich machen. Aber wir werden jetzt erstmal alles ausradieren. Und dann können wir immer noch gucken, ob wir da jetzt wirklich was einfügen wollen oder nicht. Denn einen Hammer haben wir grundsätzlich eigentlich noch nicht gezeichnet. Aber ja gut, dann werde ich jetzt das erstmal ausradieren. Und das werde ich so machen, dass ich... Ja komm, ich mache es umständlich. Und genau. Also das haben wir gezeichnet. Die Buttons natürlich dürfen nicht weg. Also wir markieren jetzt erstmal das, was nicht weg darf. Und dann werden wir die Markierung einfach umkehren. Und hier kann ich grundsätzlich... Das ist eh schon transparent. Das kann ich einfach mit markieren. Und dann darf natürlich das nicht weg. Das darf nicht weg. Und die Spitzsacke und sowas, die dürfen natürlich auch nicht weg. Moment, das darf weg. Und die Spitzsacke markieren wir. Und eben unser Plus. So. Haben wir irgendwas vergessen? Nee. Okay, dann gehen wir auf Bearbeiten, Auswahl, Umkehren. Und jetzt holen wir unseren Radiergummi. Oder nee, einfach Entfernen drücken. Und jetzt werden wir das speichern und im Spiel angucken. So, jetzt sind wir im Ambus. Und ich habe jetzt auch gleich mal die GUI-Größe ganz groß gestellt. Und von der Position her ist alles okay. Wir haben dann vergessen, dass wir hier oben dann noch diese Schrift, diesen Schrift-Tag machen. Das machen wir dann auch gleich noch. Und jetzt probieren wir es mal aus, wenn wir so ein Item reinmachen. Und... Oh, stimmt. Und weil jetzt eben das Ganze transparent ist... Okay, das müssen wir dann wirklich noch machen. Ey, das ist ja voll doof. Es wird praktisch das Ding, dass die Spitzsacke, die wir gemacht haben, einfach nur überschrieben. Aber die Originalspitzsacke, die bleibt noch. Aber wir wollen, dass die Originalspitzsacke wegkommt. Aber die ist ja trotzdem transparent. Oh mein Gott, das ist aber jetzt richtig doof. Das ist eben das Problem bei transparenten Inventaren. Aber vielleicht können wir es noch irgendwie lösen. Jetzt mache ich erst mal den Schriftzug hier oben. Und dafür kopiere ich mir einfach mal hier das Inventar. Einfach den oder... Nehmen wir den. Ja, den nehmen wir, weil der ist frei in der Transparent. So, zack und zack. Okay, Strang C. Und der... Ja, da müssen wir jetzt gucken, wo wir den genau einfügen müssen. Das wird jetzt ein bisschen schwierig. Das Rote haben wir nämlich schon weggemacht. Das war ein Fehler. Oh mein Gott, jetzt können wir einfach nur raten. Also es muss auf jeden Fall über dem Plus sein. Das heißt ungefähr hier. Und jetzt kann ich einfach nur raten und die ganze ZF3 und T drücken. Oh, da haben wir schon ganz gut getroffen. Da haben wir wirklich Glück gehabt. Das heißt, wir müssen noch eine nach rechts und eine nach oben. Und dann haben wir den ganzen Käse schon gegessen. Oder zwei nach oben? Ne, eine nach oben. Eine nach rechts, eine nach oben. Und verkürzen können wir es auch gleich. Und zwar probieren wir es einfach mal aus, wie wir es verkürzen müssen. Ich verkürze einfach mal so weit. Und das Ding hier kommt alles weg. Oh, rein zufällig haben wir jetzt schon wirklich alles geschafft. Sehr gut. Das heißt, Name Tag ist dabei. Aber jetzt haben wir hier noch das Problem. Es wäre jetzt überhaupt kein Problem, wenn wir hier keine Transparent im Hintergrund hätten. Aber wir haben ja hier Transparent. Und das ist jetzt natürlich doof. Denn die Transparent wird zwar überlagert über die Spitzsacke. Also die Spitzsacke wird dann über die Spitzsacke überlagert. Aber dadurch, dass die Spitzsacke hier transparent ist, bleibt die eben trotzdem. Und das ist wirklich doof. So hätte es aussehen sollen. Und so wäre das auch möglich, weil es dann einfach überlagert wird. Also wir könnten jetzt genau so ein Feld hier jetzt irgendwie hinzaubern. Wie wir es zum Beispiel bei einem Ofen gemacht haben. Da haben wir auch so eine Art Feld gemacht. Oder eben bei der Werkbank. Aber das war einfach nur der Block im Hintergrund. Und hier kann man glaube ich schlecht irgendwie den Block in den Hintergrund bringen. Wir können es natürlich probieren. Also dass wir dann vielleicht die Textur hier irgendwie reinzaubern. Komm, wir probieren es einfach mal. Wir probieren es. Also Textures, Blocks, Amboss. Das muss jetzt nicht funktionieren. Aber vielleicht funktioniert es ja doch. Und wir nehmen hier eben Envil Base. Das ist die Basis Textur. Und ich glaube, dass hier von dieser Basis Textur... Okay, da muss ich jetzt nochmal gucken. Die Textur hier wird verwendet. Das heißt, wir kopieren uns die einfach mal. Und fügen die hier ein. Allerdings am besten in einer neuen Ebene. Und ich mache die Schritte, die ich hier gemacht habe, erstmal wieder rückgängig. So, und STRG-SHIFT-V ist der Befehl für eine neue Ebene. Und jetzt werde ich das erstmal drehen. Und zwar so, wie es dann wirklich im Spiel aussehen wird. Also in derselben Auflösung. Okay, und dann kann ich es größer ziehen. Und da haben wir 16 mal 10. Ich ziehe das einfach mal ein bisschen größer. Ich mache es so, dass ich die Textur öfters hintereinander einfüge. 80, 50, passt nicht, oder? Doch, ja stimmt, das passt. Das ist genau die Hälfte. Das heißt, es sind wirklich die Pixel quadratisch und nicht verzehrt. Also die Auflösung würde okay sein. Und dann kann ich die dann eben nochmal kopieren. Ich schiebe die Ebene mal nach hinten. Okay, ich kopiere die und füge die dann hier irgendwie nochmal ein. Und da muss natürlich dann ein bisschen was weg. Zum Beispiel der Teil hier. Damit das dann auch symmetrisch ist, ist es zwar noch immer nicht. Denn hier haben wir ja 4 Pixel und hier haben wir 3 Pixel. Irgendwie muss das ja dann doch irgendwie noch symmetrisch sein. Ich glaube, ich ziehe einfach mal testweise den Pixel einfach in die Länge. Naja, sieht zwar nicht ganz gut aus, aber irgendwie muss es doch passieren. Und jetzt werden wir dann eben genauso einen Rahmen machen wie damals bei der Werkbank. Äh, beim Ofen. Also nehme ich die Farbe hier. Und die kommt dann eben hier hin. Also zack, ne. Das war die falsche Farbe. Ah ja, stimmt, ich habe die nämlich... Ich muss natürlich wieder auf den Hintergrund gehen. Dann werde ich aber bei der Ebene den Pixel nochmal ausradieren. So. Und jetzt gehen wir in den Hintergrund und fügen hier eben diese Linie ein. Und nach rechts scrollen könnt ihr, indem ihr einfach Shift und dann mit dem Scroll dort gut scrollen. Und dann nochmal nach unten. Das ist einfach das normale Scrollen. Und dann könnt ihr eben richtig gute gerade Linien zeichnen. Dasselbe hier unten nochmal. Und dann natürlich auch noch nach oben. Und da haben wir ein bisschen zu viel erwischt. Das kommt nochmal weg. Und dann werden wir auch gleich mal diese Dingensen nochmal weg tun. Denn die brauchen wir dann nicht mehr. Toleranz drehen wir runter. Plus. Und das wird dann alles noch entfernt. So. Jetzt kann ja das transparent sein. Äh, speichern geht jetzt natürlich nicht, weil ich das zusammenführen muss. Ebene nach unten zusammenführen. Und dann probieren wir es mal aus. Ja, das wäre jetzt dann der Amboss. Und da würde das dann auch funktionieren. Wenn ich... Das mit der Transparenz, das hat wohl nicht so gut geklappt. Und außerdem würde ich noch sagen, dass wir den Amboss noch ein bisschen dünner machen. Wegen dem Button. Okay, da wird einiges noch ausgebessert. Das erste was wir machen ist, dass wir das hier alles kopieren. Und zwar von hier. Ah ja, stimmt. Ja okay, das können wir im Nachhinein noch nachzeichnen. Das ist jetzt kein Problem. Ihr wisst gleich, was ich damit meine. Also das müssen wir markieren. Und das hier natürlich auch. Also eigentlich alles. Inklusive... Nix. Strang C. Hier STRG-Shift-V. Wir wollen das jetzt mal in einer neuen Ebene haben. Denn damit wir dann eben hier nichts zerstören. Also das kommt mal nach hinten. Und entfernt wir jetzt... Das hier hinten. Und... Ähm... Eigentlich alles, was sich irgendwo dahinter versteckt. Also eigentlich nur das. Das wird entfernt. Und dann müssen wir eben noch ein paar Pixel nachzeichnen. Also ich nehme einfach mal die Farbe hier. Die... Ist dann eben hier. Und dann haben wir schon einen neuen Pixel. Ja stimmt. Okay, da muss ich ein bisschen aufpassen. Also der Pixel geht nur von hier bis hier. Und hier haben wir dann schon einen neuen Pixel. Und der Pixel geht dann von hier hin. Äh, da geht dann nach unten noch weiter. Äh, wie breit... Äh, wie lang ist denn ein Pixel? Vier, oder? Ne, fünf. Sogar fünf? Ne. Moment, ich guck das mal lieber hier nach. Ein Pixel ist... Fünf mal fünf. Okay. Das heißt, ich muss das hier noch verlängern. So, dann haben wir den Pixel. Okay, dann haben wir den. Und hier haben wir dann einen neuen. Hier haben wir Wissens... Hier wissen wir das gar nicht, welche Farbe das ist. Da müssen wir noch ein bisschen nachforschen. Also die Farbe... Die Farbe? Die kommt bis hier oben hin. Die Farbe ist dann bis hier hin. Und die... Ja, und die wissen wir eben nicht. Die müssen wir jetzt noch herausfinden. Und das machen wir, indem wir jetzt nochmal da runter gehen. Moment, kann ich mich irgendwie orientieren? Die Farbe ist es. Okay, die. So, jetzt habe ich es. Die kommt dann eben hier hin. Okay. Jetzt kann ich das nochmal zusammenführen. Und jetzt müsste es stimmen. Also wenn ich jetzt F3T drücke und dann hier eine Axt reinlege, stimmt das alles, oder? Ja. Ja, perfekt. Und jetzt machen wir eben den Ambus noch ein bisschen dünner. Und zwar insgesamt um, ich würde sagen, einen Beipixel. Wir wählen einfach hier die oberen zwei Pixel aus. Die werden komplett entfernt. Und dann müssen wir natürlich hier noch ein bisschen nachhelfen. Also die Linie, die wird natürlich nach unten verschoben. Zack. Und die Ecken, die müssen wir natürlich dann auch wieder weg. Ups, das war zu wenig. Entfernen. Und hier oben werden auch noch ein paar Pixel, also hier unten eigentlich, da werden auch noch ein paar Pixel weggelöscht. Und das hier wird weggelöscht. Und die Linie wird eben um zwei Pixel, also zwei eigentlichen Pixel jetzt nach oben verschoben. Okay. Dann würde ich sagen, werden wir noch gucken, dass wir das hier irgendwie noch auspessern können. Und das machen wir so, indem wir hier auch nochmal ein bisschen kürzen. Hier habe ich übrigens ein Pixel zu viel weggelöscht. Also ich mache hier einfach mal zwei Pixel kürzer. Ne, Moment. Die kommen weg. Und der hier oben. Und hier unten muss ich noch einen Pixel extra dazu zeichnen. Und hier werden ja auch zwei Pixel verkürzt. Also wird das dann das hier sein. Und die Linie wird dann hier hingeschoben. Dann hätten wir das. Und jetzt gucken wir das nochmal an. Zack. Das sieht schon mal besser aus. Ich glaube, dass das auch akzeptabel ist. Und dass wir da jetzt gar nicht mehr großartig irgendwie noch links im Eck was hin machen müssen. Also ich bin jetzt der Meinung, dass wir das wirklich als Endergebnis werten können. Okay. Und ich habe jetzt extra nochmal ein Item rausgesucht, das einen kurzen Namen hat. Damit wir hier auch die Spitzacke sehen, wenn sich die eben ändert. Und zwar sieht das dann ungefähr so aus. Also wenn wir jetzt eben nicht das zusammengeworfen können, dann ist die Spitzacke zerbrochen. Und wenn man das eben zusammengeworfen kann oder eben nichts drin ist, dann ist die Spitzacke normal. Und ich muss jetzt eben im Hintergrund so ein Ambus hinmachen. Also die Ambus-Textur hinmachen, damit man eben das überhaupt sehen kann. Also damit ich das überhaupt realisieren kann mit der Idee, dass man die Spitzacke einfach zerbrochen hinmalt. Und normalerweise hätte ich das auch transparent gelassen. Aber daher, dass wir bei der Werkbank eh auch schon mal so eine Werkbank im Hintergrund hatten. Genauso beim Ofen. Finde ich das eigentlich ganz so in Ordnung, dass wir hier jetzt so eine Ambus-Textur haben. Und dass man dann auch wirklich ganz gut erkennt, okay, das ist jetzt wirklich der Ambus. Und der Button ist dann eben der ganz normale geblieben. Name-Tag auch ganz normal geblieben. Und hier oben links im Eck hätte ich vielleicht noch so ein Ambus hinmachen können. So wie das Item zum Beispiel. Aber nee, das habe ich jetzt lieber mal gelassen. Ja, so sieht jetzt das Ambus-Inventar im Gesamten aus. Ihr könnt das natürlich wieder mit Schulnoten bewerten von 1 plus bis 6 minus. 1 plus wäre das Beste. Und vergesst nicht einen Daumen nach oben da zu lassen. Und das aktuelle Resubstack könnt ihr natürlich wieder auf der Webseite runterladen. Und dann sage ich ciao und bis zum nächsten Mal.